Herr Kunde, die passenden Immobilien haben Sie jetzt gefunden? Ja, aber es geht kein Aber. Wenn Sie mir den Grad rechts unten bitte unterschreiben würden? Ich wollte noch was wissen. Sie brauchen nichts wissen. Sie brauchen nichts zu vergleichen. Sie kriegen bei mir definitiv die besten Konditionen. Wir haben im Vorfeld über alles gesprochen. Bitte Grad einmal hier unten rechts. Ihre Eltern, die Großeltern, selbst Ihre Kinder. Ich denke, das ist Vertrauensbeweis genug. Grad einmal hier unten rechts, bitte. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Ralf Petry, Baufinanzierungsexperte der W&F Wohnfinanz. Und jetzt mal ehrlich, so sollte das Ganze natürlich nicht laufen. Ich würde euch auch gar nicht abhalten, zu eurem Berater des Vertrauens zu gehen. Aber natürlich direkt die Empfehlung aussprechen. Holt euch eine zweite Meinung ein. Wir beraten euch bezüglich der Finanzierung und vergleichen für euch über 500 Anbieter deutschlandweit. Wie ihr im Hintergrund seht, könnte vielleicht sogar eure Hausbank auch schon mit dabei sein. Aber wir haben halt die Möglichkeit, diese noch zu vergleichen und die beste Kondition mit dem besten Konzept für eure Finanzierung zu finden. Ich würde mich freuen, euch bei eurem Vorhang zu unterstützen. Ruft mich an, schreibt mir eine Nachricht. Wir vereinbaren Termin und kommen zusammen. W&F Wohnfinanz, der etwas andere Makler. Wir begeistern unsere Kunden. Hi, servus Max. Servus Ralf. Du, ich habe gerade ein mega Häuschen gefunden und einen Besichtigungstermin vereinbart. Cool. Du weißt ja, gute Immobilien sind schnell weg. Sag mal, steht ein Angebot noch, mir auf dem kurzen Dienstweg einen Finanzierungspass auszustellen, damit ich mehr Chancen habe, das Ding auch zu bekommen? Ja klar, kann ich machen. Schick mir einfach deine aktuellen Daten zu. Um alles weitere kümmere ich mich. Ja mega. Wie lasse ich das denn zukommen? Und wie ist das später mit der Finanzierung? Auch kein Problem. Ich vergleiche für dich über 500 Banken und suche dir das günstigste Angebot, was zu deinen Vorstellungen und Wünschen passt aus. Den Link für deine Daten schicke ich dir gerade zu. Ja mega, danke. Ja bitte, bis dann Max. Ja und ihr findet den Link in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. Euer Ralf Petry, Baufinanzierungsexperte der W&F Wohnfinanz, der etwas andere Makler. Wir begeistern unsere Kunden. Mehr übernachung. J miljöen, dões Schein mir jetzt mit der Nachrichtória NE some all-ich-diepie-deciret TechCOMG. Danke auch. Danke auch. Danke auch. Danke ausb Bodatoren.